Ist der Anbauverein zugelassen, befindet er sich wahrscheinlich in Niedersachsen. Und mit dieser durchaus holprig zusammengewürfelten Bauernregel ein herzliches Willkommen zu einer neuen Einschätzung aus dem Hause Research Gardens. Nach Beobachtung der ersten Anbaugenehmigungen und dem regelmäßigen Austausch mit Landesbehörden und natürlich auch durch unsere Beratung mit Vereinen, wird mir immer und immer klarer, dass die Genehmigung in ausgewählten Bundesländern wahrscheinlich deutlich einfacher wird, als mit Studium des KNG ursprünglich gedacht. Diese Beobachtung paart sich tatsächlich auch mit einer kleinen Information aus halbwegs sicherer Quelle, dass zeitnah gar keine Grenzwerte für Cannabis-Anbauvereine durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft erlassen werden. Das Risiko von Fehlernten aufgrund erhöhter mikrobieller Belastung, von Pestizidrückständen, Mykotoxin oder auch erhöhten Schwermetallkonzentrationen entfällt also vorerst. Und sorry an der Stelle, ich muss also jetzt zu Beginn des Videos direkt mal eine frühere Einschätzung von mir revidieren, nämlich den riskanten Anbau auf LivingSol. Ich habe in Gesprächen und dem ein oder anderen Video stets betont, dass beim Anbau auf LivingSol unter fragilen Interumweltbedingungen mit der ein oder anderen Fehlernte aufgrund erhöhter Mikrobengrenzwerte zu rechnen sei. Denn Mikroben sind ja sehr förderlich im LivingSol-Anbau, aber die meisten Mikrobentests, vor allem im medizinischen Bereich oder anderen legalisierten Ländern wie in der Schweiz, rechnen ja immer die guten und die schlechten Mikroben mit ein. Deshalb war immer die Gefahr und das Risiko zu nennen, dass wenn Grenzwerte da erlassen werden würden, was ja nach § 17 so sei durch das BEMEL, durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dass man da eben nicht garantieren könnte, dass die Charge durch die Freigabekontrolle geht. Die Warnung entfällt aber hiermit erstmal, da es ja so schnell keine Grenzwerte für diese Gefahren zu geben scheint. Mal sehen, ob wir da auch noch offizielle Infos dazu bekommen. Ich kann die Quelle jetzt an der Stelle noch nicht offenlegen. Aber weiter im Text, mit Blick auf Niedersachsen und auch Thüringen wird für mich immer mehr klar, dass die ersten zugelassenen Anbauvereine in Deutschland lange nicht die Standards erfüllen müssen, die sich aus dem Gesetz für mich eigentlich herauslesen lassen haben. Vom Anbau in Zelten, über Patientenansprache bis hin zu großen Ersparnissen beim Kauf größerer Mengen Cannabis sind da etliche Punkte dabei, von denen ich eigentlich ausgegangen bin, dass die Behörden da kritischer hinterher sein werden. Zur Erklärung, Ersparnisse durch große Pakete zum Beispiel widersprechen in meinen Augen dem höchsten Ziel des Gesetzes, nämlich dem Gesundheitsschuss von Cannabiskonsumenten in den Vordergrund zu stellen. Frei nach dem Motto, Flatrate-Saufen hat noch nie den erhöhten Konsum von alkoholischen Getränken gehemmt, denke ich auch bei der Abgabe von Genussmittel-Cannabis, dass der Anreiz für einen moderaten Cannabiskonsum sinkt, wenn das Cannabis günstiger wird, je mehr man davon bezieht. Besonders dann, wenn man bis zu 30% sparen kann, je näher man der Grenze von 50g pro Monat kommt. Des Weiteren sehe ich kritisch, dass ein Cannabis-Anbauverein satzungsseitig die priorisierte Aufnahme von Patienten fördert, Denn wie Henning in der Lito-La-Telegram-Gruppe mit Verweis auf § 3 Abs. 1 Medizinal-Cannabis-Gesetz und § 4 Abs. 1 Medizinal-Cannabis-Gesetz richtig herausgestellt hat, darf Cannabis zu medizinischen Zwecken laut diesem Passus nur von Ärzten verschrieben werden, weshalb ich eine Ansprache von Anbauvereinigungen an Patienten für doch recht kritisch halte. Den Anbau in Zelten habe ich zwischenzeitlich durch mangelnde Reinigungs- und Entforschungsmöglichkeiten als eher abwegig eingeschätzt, Jedoch scheint die ein oder andere Behörde damit kein Problem zu haben. Das sei mal ganz deutlich gesagt. Nimmt man jetzt noch die nicht erlassenen Grenzwerte für mikrobielle Kontamination hinzu, sehe ich rein in Bezug auf die rechtliche Situation auch kein Problem mehr in der Benutzung von Zelten mit einer einfachen Zu- und Abluft. Seid jedoch meiner Ansicht nach darauf gefasst, dass die fehlenden Grenzwerte jederzeit durch das Ministerium für Landwirtschaft erlassen werden können und sich dann auch die Prüf- und Kontrollsituation durch die Behörden wieder rasch ändern kann. Wenn es soweit ist, sollten Anbauvereinigungen in meinen Augen jedoch schon genügend Rücklagen gebildet haben können, um ihre Anlage dann hygienisch aufzurüsten. Mal sehen, ihr könnt das ja mit angeben bei der Begründung, warum ihr so hohe Rücklagen bildet, dass ja noch die Grenzwerte durchs Beme zu erlassen sind und ihr für diese vorbereitet sein wollt und im Zweifel auch eine neue hygienischere Anlage bauen könnt. Oft habe ich ja den Einsatz von Klimaanlagen beim Cannabis-Anbau empfohlen, allerdings zielen die jetzt lediglich auf die Produktion von sensorisch hochwertigen exotischen Sorten ab. Da braucht ihr einfach ein kontrolliertes Klima, weil wenn man den Schimmel dann auch optisch schon sieht, dann nützt es auch nicht, dass man keine Grenzwerte hat. Ich denke, da werden dann die Mitglieder auch so unzufrieden sein. Aber es geht jetzt nicht mehr um dieses grenzwerterfüllende, kontaminationsfreie Produzieren von Cannabis, da es ohne die Definition von Grenzwerten ja gar keine Rolle mehr spielt, wie kontaminiert die Produkte aus Anbauvereinigungen jetzt sind. Wobei, mit Blick auf §17 sollten wir es uns vielleicht doch nicht ganz so einfach machen, oder? Denn es bleibt fraglich, ob die Behörde bei Zulassung vom Anbau in nicht klimatisierten, tendenziell eher schwer reinigbaren und für Feuchtigkeitsnester bekannte Zelte rechtskonform auf §17 Absatz 3 des Kange prüft. In dem Passus werden Anbauvereinigungen nämlich verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen, um Risiken für die menschliche Gesundheit durch die in Absatz 4 genannten Pestizid- und Schwermetallrückstände, Mykotoxine, Biozide, Düngemittel, Mikroorganismen und andere Stoffe zu minimieren. Ich möchte betonen, dass es laut Text im Gesetz nicht um die Grenzwerte dieser Stoffe, sondern die Stoffe an sich, Zitat, die in Absatz 4 genannten Stoffe, Materialien oder Gegenstände handelt. Ich möchte an der Stelle jedoch auch mal relativierend auf ein kürzlich stattfindendes Gespräch mit Deutschlands sympathischsten und vorkompetenzstrotzenden Toxikologen Dr. Fabian Steinmetz verweisen. Auf meine Frage, wie riskant denn eine mikrobielle Belastung von konsumierten Cannabis für die menschliche Gesundheit sei, meinte er, dass es dazu keine aussagekräftigen epidemischen Daten gebe. Jedoch sei mit Blick auf die große Verbreitung des Konsums potenziell kontaminierten, illegal angebauten Cannabis und die dabei nicht ersichtliche Prävalenz von Organschäden nicht von einer zu starken Gefahr für die menschliche Gesundheit auszugehen sei. Ein weiterer auffälliger Punkt bei der ersten zugelassenen Anbauvereinigung sind die ausdrücklich nicht nötigen Mitwirkungspflichten der Vereinsmitglieder. Wie explizit auf einer Website kommuniziert wird. Während in Bayern ganz genau kontrolliert wird, dass auch alle Mitglieder tatsächlich am gemeinschaftlichen Eigenbau am besten direkt an der Pflanze beteiligt sind. So versteht mich jetzt bitte nicht falsch bei der ganzen Einschätzung hier. Ich liebe die liberale Einstellung von Behörden wie der niedersächsischen Landwirtschaftskammer. Denn ein niedrigschwelliges Genehmigungsverfahren erleichtert die Erreichung des Ziels, Konsumenten mit legalem Cannabis zu versorgen, da die Anbauvereinigungen mit niedrigerem Anfangsbudget und schnellerer Bauphase direkt starten können. Und somit ja auch eine Versorgung von den im Moment noch illegal beziehenden Konsumenten starten kann. Inwiefern jedoch bei laxen Standards das Ziel des Gesundheitsschutzes der Konsumenten erreicht werden kann, bleibt für mich weiterhin fraglich. Wir sehen, beim Thema Genehmigung von Anbauvereinigungen wird wieder einmal deutlich, wie kulturell divers Deutschland doch ist. Die kulturellen Unterschiede lassen sich ziemlich direkt beim Agieren der unterschiedlichen Behörden wiedererkennen. Während jetzt zum Beispiel nämlich das Bezirksamt in Hamburg-Altona eine Website bereits als konsumfördernd im Sinne des Werbeverbots einschätzt, sobald es ein paar Farben und Formen gibt, können andere Anbauvereinigungen damit werben, dass sich ein hoher monatlicher Konsum in Form großzügiger Rabatte rentiert. Nicht zuletzt setzen die verschiedenen Behörden ihren Fokus natürlich auch anders, da sie in ihrer täglichen Lebensrealität ja auch mit anderen Brennpunkten konfrontiert sind. So ist es verständlich, dass eine Landwirtschaftskammer eher auf die Rückverfolgung und zum Beispiel die Pflanzenhygiene prüft, während ein Landesamt für soziales Jugend und Versorgung wahrscheinlich eher auf Prävention und Jugendschutz schaut. Wir bleiben auf jeden Fall für euch dran und beobachten das Geschehen weiter. Abschließend möchte ich jedoch nochmal betonen, dass ich jeder genehmigten Anbauvereinigung von Herzen gratuliere, denn ihr schreibt gerade deutsche Cannabis-Geschichte und tragt alle euren Beitrag zu einer neu orientierten Cannabis-Regulierung bei. Ich möchte jedoch nochmal betonen, dass Abkürzungen jeglicher Art, egal ob von Behörden- oder Anbauvereinsseite, Futter für eine mögliche negative Evaluierung sein können, welche ja ziemlich bald ansteht. Ich hoffe einfach mal inständig darauf, dass auch in Zelten angebautes Cannabis so sauber sein wird, dass es für Konsumenten nicht zu bleibenden gesundheitlichen Schäden kommt und damit der Erfolg des Gesetzes gesichert bleibt. Und natürlich hoffe ich auch, dass so viele Anbauvereinigungen wie möglich aus dem Boden sprießen und genehmigt werden, um eben das Ziel der Entkriminalisierung und der Schaffung einer legalen Bezugsquelle näher zu kommen. Das war's von mir heute. Ich wünsche euch alles Gute auf dem Weg zu eurer Lizenz, auf dem Weg des Lizenzerhalts und falls ihr noch Fragen habt zu eurer Anlage, ich helfe euch gerne bei der Anlagenplanung mit Klimaanlagen, mit Lampenauswahl, alles zu super günstigen Preisen. Auch eure Finanzplanung, wenn ihr wissen wollt, wie machbar ist so ein Konzept überhaupt und wenn ihr doch lieber einen medizinischen Markt wollt, das ist sowieso mein Steckenpferd aus den vergangenen Jahren. Da helfe ich euch auch sehr gerne bei den Themen Qualitätssicherungssystem und hygienische Anlagen, Facilityplanung. Also kommt da gerne auf mich zu. Ich blende euch die E-Mail-Adresse und nochmal ein. Ansonsten alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Einschalten, Kommentieren und Like nicht vergessen. Bis dann.